Das TV-Duell, eine ganz wichtige Möglichkeit, die Unterschiede zwischen den Parteien und den Kandidaten deutlich zu machen. Alle sagen immer, es gibt keine Unterschiede zwischen den großen Parteien. Weit gefehlt, es gibt himmelweite Unterschiede. Die SPD steht für soziale Gerechtigkeit, für Bildungschancen für alle. Die CDU setzt auf die Kraft des Einzelnen und die Stärke des Einzelnen. Wir wollen aber alle mitnehmen, wir stehen für eine sozial gerechte Politik. Dies wird Peer Steinbrück deutlich machen. Auch mit der notwendigen Wirtschaftskompetenz, Arbeitsplätze zu schaffen, gute Löhne zu schaffen, Mindestlohn, werden sicherlich Themen sein, die in dem Duell eine Rolle spielen. Und es wird sich herausstellen, dass Peer Steinbrück der bessere Bundeskanzler ist.